Schneidet man einen Körper in winzig kleine Stücke, wird man vieles finden, aber kein Ich. Dieses Ich, mit dem wir uns hundertmal täglich identifizieren, existiert nicht. Es ist ein Phantom, ein Hochstapler, dem wir Glauben schenken und darunter leiden. Unser wahres Ich ist ein unbekanntes, formloses Prinzip, welches durch unsere Augen schaut und durch unseren Mund spricht. Der Körper wird von derselben Energie bewegt, die die Erde um die Sonne rasen lässt. Dieses unbekannte Prinzip ist formlos und grenzenlos. Es wurde nie geboren und kann daher nie sterben. Keine Krankheit, kein Unfall, kein Messer kann es töten. Es stirbt nur der Kasperle, nicht der Puppenspieler. Das, was wir wirklich sind, das, was durch unsere Augen schaut und durch unseren Mund spricht, könnte nicht einmal dann sterben, wenn es das wollte. Angst ist eine Lüge. In diesem Sinne, enjoy the Lila. Und das war die Lila.